Nja. Nja. Hallo, liebe Uylifanten! Folgendes, es ist endlich, endlich, endlich wieder so weit. Interessante Fakten über Tiere. Heute der Biber. Ajin. Biber können außer ihren Augen auch ihre Ohren und ihre Nasen schließen. Kein Wunder, dass ihnen die Konzerte ihres Anführers Justin nichts ausmachen. Dwar. Im 18. Jahrhundert hat die katholische Kirche Biber den Fischen zugeordnet, damit man sie auch freitags und während der Fastenzeit essen kann. Die Logik der katholischen Kirche war schon immer unfehlbar. Drei. Der längste Biberdamm war 840 Meter lang. Kein anderes Tier außer dem Menschen hat die Struktur des Planeten so sehr verändert. Drei. Vor 10.000 Jahren starb der letzte Riesenbiber. Er war zweieinhalb Meter groß und konnte sehr gut Basketball spielen. Drei. So, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Der Biber, der macht sein dickes Fell wasserdicht, indem er es mit Castureum beschmiert. Das ist ein öliges Sekret aus seinen Arschdrüsen. Biber-Arschdrüsen-Sekret wird übrigens auch in der Lebensmittelindustrie verwendet. So gibt es zum Beispiel in Supermärkten kein Speiseeis, keine Eiscreme, der nicht Biber-Arschdrüsen-Sekret zugefügt ist. Guten Appetit. In Aspirin ist das Zeug übrigens auch drin. Das heißt also, wenn man Kopfschmerzen hat und gerade kein Aspirin zur Hand, dann kann man auch mal kurz am Arsch eines Bibers lecken. Und die Kopfschmerzen gehen weg. Scheßt! Achso, in den meisten Parfüms ist übrigens Extrakt aus Biberhoden oder vaginalen Follikeln drinne. Sim! Erwachsene Biber haben lange, flache Schwänze. Ungefähr 30 Zentimeter lang. Biber schlagen ihre Schwänze auf die Wasseroberfläche als eine Art Alarm, um die Biber-Kolonie zu warnen, wenn sie Gefahr spüren. Justin Bieber wurde letztes Jahr 18 und gilt somit als erwachsen. Wo ist ihm? Und der letzte Fakt. Justin Bieber wurde verklagt, weil er seinen Bodyguard verprügelt habe. Was zum Himmel bringt ein Bodyguard, der von einem Justin Bieber verprügelt werden könnte? So, das war's. Ihr sagt mir, welches Tier als nächstes die interessanten Fakten hören wollt. Abonniert den Kanal. Noch Spaß mit den Outtakes. Ciao. Was zum Himmel bringt ein Bodyguard, wenn Justin Bieber ihn verprügeln könnte, indem er es mit Castureum besch... Oh Schipferum calls. Auf Wiedersehen. Oh. Bis zum nächsten Mal.